Die amerikanische Krypto-Handels-Plattform Coinbase plant am 14. April ihren Börsengang an der New Yorker Nasdaq. Der Mega-IPO dürfte dabei auch außerhalb des Kryptosektors für ordentlich Beachtung sorgen. Welche Gründe nun für den Kauf der Aktie sprechen und welche dagegen? Die Stimmung für einen Börsengang könnte aktuell kaum besser sein. Die Kurse schießen durch die Decke, ganz egal ob ich mir den Kryptomarkt anschaue oder eben auch den traditionellen Aktiensektor, wo wir von Rekordhoch zu Rekordhoch wandern. Entsprechend verlockend ist es für viele Unternehmen jetzt auch an die Börse zu gehen, also eine möglichst hohe Bewertung zu erreichen, weil die Investoren bereit sind, sehr viel dafür zu zahlen. Und auch Kryptounternehmen liebäugeln entsprechend immer öfter auch den Weg an die traditionelle Börse, also eben nicht mehr via Tokengeld einzusammeln, sondern eben über klassische Aktien. Und so auch die Kryptohandelsplattform Coinbase, die größte amerikanische Kryptobroker-Handelsplattform, die nun zum 14. April, das ist zumindest der aktuelle Termin, eben an die New Yorker Nasdaq gehen möchte. Und dort sollen dann 114,9 Millionen Aktien ausgeben werden, unter dem Kürzel Coin. Also schon ein klares Statement, was man hier sicherlich setzt, wofür man steht, welchen Markt man repräsentiert. Dann doch in der Old Economy, aber dann letztendlich die digitale Kryptowelt verkörpert, eben unter dem Kürzel Coin. Und dieses IPO, das dürfte eben sehr große Wellen schlagen, auch außerhalb des Kryptosektors, eben da Coinbase mit einer sehr sportlichen Bewertung bereits jetzt schon gehandelt wird. Und zuletzt zumindest war die Bewertung bei knapp 68 Milliarden, wenn man sich die Aktienkurse anschaut, die jetzt natürlich noch nicht öffentlich gehandelt werden, aber im Privaten ist das bereits möglich. Und da kommen wir eben auf knapp 68 Milliarden und auch eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr von ungefähr 1200 Prozent. Also schon sehr, sehr heftig das Ganze und Analysten gehen davon aus, dass Coinbase theoretisch, in der aktuellen Marktlage zumindest, sogar die 100 Milliarden US-Dollar Bewertung bei ihrem IPO durchbrechen könnten. Und das wäre ja auf einem Level mit Airbnb. Airbnb hatte letztes Jahr im Jahr 2020 den größten IPO vollzogen, eben mit ziemlich genau 100 Milliarden. Und das könnte theoretisch Coinbase jetzt auch schaffen. Entsprechend fragen sich sicherlich viele Investoren unterschiedlichster Couleur, ob jetzt ein Investment in Coinbase sinnvoll ist. Also soll man die Aktie kaufen oder nicht? Und dazu habe ich jetzt fünf Gründe rausgesucht, die dafür sprechen und fünf Gründe, die dagegen sprechen. Und fangen wir mit den positiven Gründen an, mit den Pro-Argumenten. Und Grund Nummer eins ist für mich, dass Coinbase zu einer Art Universal-Finanzinstitut werden könnte. Was meine ich damit? Crypto-Broker oder Handelsplattformen haben bis vor kurzem oft nicht viel mehr angeboten, als eben den Handel, den Kauf oder Verkauf mit den wichtigsten Kryptowährungen. Wir sehen aber, dass sich das Dienstleistungsspektrum immer stärker erweitert, dass immer mehr Dienstleistungen angeboten werden, wie Sparpläne, wie Debit-Kryptokarten, wie Staking-Services, wie Kreditdienstleistungen und so weiter und so fort. Das heißt eigentlich alles, was es im Finanzsektor gibt, im traditionellen Finanzsektor, wird immer stärker auch von Krypto-Playern angeboten. Und hier sehe ich noch ein enormes Potenzial bei Coinbase, dass es Dienstleistungen in Zukunft anbieten wird, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können und dadurch natürlich noch ein enormes Wertschöpfungspotenzial hat, was wir heute eben noch nicht absehen können. Grund Nummer zwei, der für Coinbase spricht, ist meiner Meinung nach, dass es das einzige Kryptounternehmen ist, das in der ersten Bundesliga spielt. Und das beziehe ich eben auf das Börsensegment, denn im Nasdaq, in dieser hohen Kapitalisierung, gibt es nun mal kein anderes Unternehmen des Kryptomarktes, das dort vertreten ist. Und das spielt eine sehr große Rolle, wenn es um das Geld der institutionellen Investoren geht, denn Pensionskassen beispielsweise oder Versorgungswerke, Lebensversicherungen, die investieren oft nur in die absolute, ja, eben erste Bundesliga. Und Coinbase würde von diesen Mittelzuflüssen profitieren, also praktisch die Rente der Menschen, die in den großen Aktien liegt, die wird eben auch Coinbase dann helfen, weil es in vielen Fonds abgebildet wird. Und das ist eben nicht der Fall bei eben, ja, anderen Kryptounternehmen, die auch an der Börse gelistet sind, aber eben nicht an so hohen Segment verkehren, wie die Mining-Unternehmen zum Beispiel Riot Blockchain oder 8Hard Mining, sind ja auch Börsen gelistet, aber eben nicht in diesem Segment. Und daher glaube ich, wird Coinbase enorm davon profitieren, dass auch Anleger, die sonst nicht so den Bezug haben zum Kryptomarkt, Coinbase als Stellvertreter eines ganzen Sektors sehen, also die Aktie praktisch auch ein bisschen wie ein Fonds betrachten, was natürlich falsch ist, aber die sagen, ich möchte jetzt am Kryptomarkt partizipieren, also kaufe ich Coin, respektive Coinbase, ja. Und dieses Narrativ, das könnte ich mir vorstellen, dass sich das durchsetzt, dass also auch Börsenkommentatoren, wenn sie sagen, der Bitcoin-Kurs ist gefallen, gleichzeitig in der Börse am ersten, dann auch einen Chart von Coinbase einblenden werden und dann viele Investoren einfach auf diese Aktie, ja, aufmerksam werden und davon könnte der Aktienkurs eben auch, glaube ich, sehr stark profitieren. Das dritte Pro-Argument sehe ich bei den Nutzerzahlen und zwar haben erst sehr wenige Menschen Kryptowährungen und ich gehe davon aus, dass in nächster Zeit noch sehr viele neu hinzukommen werden und die werden sich sicherlich vor allem an dem Marktführer orientieren, an der bekanntesten Marke, der man vertraut, die man kennt und das ist in den USA ganz klar Coinbase und aktuell sind es nur 43 Millionen Nutzer und ich glaube, dass diese Nutzerzahlen problemlos in eineinhalb eines Jahres verdoppelt werden können und das würde natürlich entsprechend den Umsatz nochmal enorm pushen und wir dürfen auch nicht vergessen, dass Coinbase auch auf den europäischen Markt schielt und wenn jetzt hier mit den Regularien alles geklärt ist und Coinbase hier auch sich eben bereit machen kann in Europa, könnte ebenfalls nochmal sehr viele neue Nutzer hinzukommen und ich sehe die Chancen nicht schlecht dafür, gerade im Vergleich auch zu einer Binance vielleicht aus Asien, die dann etwas schwieriger hat, Vertrauen zu gewinnen hier in Europa als eben eine amerikanische Coinbase. Das wird man natürlich noch sehen müssen, aber das Potenzial jedenfalls in den Nutzerzahlen, das ist noch enorm, wir sind hier noch weit von einer Sättigung entfernt und das dürfte ebenfalls für steigende Coinbase-Aktienkurse sprechen. Das vierte Argument, das für Coinbase spricht, sehe ich in der Profitabilität. Coinbase macht Gewinne und nicht zu wenig, es hat 322 Millionen US-Dollar Gewinn in 2020 gemacht und das finde ich ist auch sehr, sehr wichtig. Zwar wird an der Börse die Zukunft gehandelt, dennoch zeigt es sich immer wieder, dass gerade wenn vielleicht auch mal die US-Renditen steigen, dass dann die Unternehmen abgestraft werden, die eben keine Gewinne machen, die eher Verluste erzeugen, wie beispielsweise Flugtaxi-Aktien, also das ist ein sehr extremes Beispiel sicherlich und da macht es sich bezahlt, wenn man eben auch im Heute, im Jetzt bereits profitabel ist, schwarze Zahlen vorzuweisen hat und das hat Coinbase, bei gleichzeitig eben auch einem sehr fantasiereichen Ausblick, nennen wir es jetzt mal. Und diese Kombination von beidem, die ist natürlich verdammt attraktiv für Aktionäre, die eben nicht so ein extrem hohes Risiko gehen möchten, wenn sie eben in absolut innovative Unternehmen investieren, die allerdings noch keine Gewinne erwirtschaften. Das letzte Pro-Argument hat natürlich, ihr ahnt es vielleicht, mit Elon Musk zu tun. Und zwar ist Coinbase vor allem bei den institutionellen Investoren die erste Anlaufstelle und hat eben bei Tesla Investment in Bitcoin, bei MicroStrategy Investment in Bitcoin eben den Kauf und die Verwahrung übernommen. Also es ist hier die Anlaufstelle für das ganz, ganz große Geld und das finde ich ist einfach entscheidend, denn Kleinvieh macht zwar auch Mist und der Kryptomarkt war natürlich bislang vor allem durch Retail-Investoren geprägt, aber genau das ändert sich ja eben. Es kommen jetzt die großen Investoren rein, es kommen die Family Offices rein, es kommen die Hedgefonds rein, die Superreichen und die gehen eben natürlich zum, vor allem in aller Regel dem größten, vertrauenswürdigsten Player, der das auch handeln kann, diese Milliardensummen. Und so ist es eben so eine Art Krypto-Hausbank, wenn man so will, Krypto-Broker der Superreichen gewordenen, der Geld-Elite wie eben Elon Musk oder Michael Saylor. Und das finde ich spricht enorm, auch wirklich für Coinbase, denn da werden andere Krypto-Broker so schnell nicht rankommen und dort sehe ich das Wachstum in den nächsten Monaten, denn wie wir wissen, wollen gerade jetzt eben für die Institutionelle in den Markt eindrängen und nicht wenige, nicht wenige dürften da bei Coinbase landen. Kommen wir nun aber zum Rollenwechsel, während ich gerade für Coinbase argumentiert habe, für den Kauf der Aktie, werde ich genau das Gegenteil jetzt tun und nämlich fünf Argumente bringen, die gegen ein Aktieninvestment sprechen, die sagen, lasst die Finger von Coinbase. Und das Erste wäre meiner Meinung nach der aufgeheizte Markt, in dem wir uns befinden. Alle drehen gerade durch, mehr oder weniger. Wir haben Rekordanmeldungen bei Broker. Entsprechend groß sind die Vorschusslorbeeren und das Enttäuschungspotenzial. Bei der aktuellen Marktstimmung und der eben auch hohen Bewertung kann Coinbase eigentlich nur enttäuschen, sobald eben diese Wachstumsgeschwindigkeit nicht mehr beibehalten werden kann. Und das wird in den nächsten Wochen oder Monaten der Fall sein. Davon kann man ausgehen. Spätestens im Sommer, wenn eben auch die Leute gerade vom Corona-Lockdown wegkommen, wenn sie mehr konsumieren können, anstatt eben nur zu spekulieren, zu investieren, was ja einfach jetzt sehr, sehr stark der Fall war in den letzten Wochen und Monaten. Gerade dann werden eben auch Gewinnmitnahmen passieren. Dann nimmt die Korrekturwahrscheinlichkeit am Markt enorm zu. Gerade vor allem beim sehr aufgeheizten Kryptomarkt. Und mit dem korreliert natürlich auch Coinbase sehr, sehr stark. Coinbase ist sehr stark von der Stimmung hier abhängig. Und das kann meiner Meinung nach auch sehr böse scheppern. Und diese hohe Bewertung, die wir vielleicht erleben werden bei Coinbase, auch sehr schnell wieder gen Süden drücken. Das zweite Kontraargument gegen ein Investment in Coinbase, das bezieht sich auf die Konkurrenzsituation. Und der Markt ist nun mal verdammt heiß umkämpft. Hier fließt gerade enormes Geld rein, um Marktanteile zu gewinnen. Und da sehe ich Coinbase jetzt gar nicht mal so super immer überall positioniert. Denn es gibt viele andere Konkurrentenanbieter, die in anderen Punkten besser dastehen. Ein Beispiel ist hier auch ganz frisch oder relativ frisch die Anchorage Bank. Also ein Kryptounternehmen, das eben auch Verwahrung für Kryptoassets machen kann. Die haben jetzt eine Banklizenz bekommen. Haben also den höchsten Grad, wenn man so möchte, lizenztechnisch. Und das hat Coinbase nicht. Also auch hier in dem Bereich gibt es Konkurrenz. Wir sehen aber auch von den Dienstleistungen, die vergleichbare Plattformen anbieten, ja eben eine Binance zum Beispiel, die da deutlich mehr im Portfolio hat an Services. Wir sehen eine Kraken, die sehr, sehr stark in Europa ist. Also das heißt auch gerade, wenn es um den Kampf um Europa geht, wenn man so möchte, ja wenn Coinbase hier rüberkommt, dann wird es gar nicht so einfach sein, so viele neue Kunden auch zu gewinnen unbedingt. Denn wir haben ja natürlich auch heimische Player, wie eine Börse Stuttgart, die von einem enormen Vertrauen profitieren kann. Ja dieses Made in Germany, ja jetzt mit Bison oder der BS Dex. Also da muss eine Coinbase auch erstmal wirklich jetzt hier mit verdammt guten Angeboten, mit tollen Konditionen, mit tollen Services punkten, die ich jetzt auch noch nicht unbedingt immer so bei Coinbase sehe. Also hier gibt es noch sehr viel zu tun, um sich in der noch immer härter werdenden Konkurrenz auch wirklich durchzusetzen. Mein dritter Punkt, der baut auch schon auf Punkt 2 auf, nämlich, dass die Konkurrenzsituation zu sinkenden Margen führen wird. Und so haben wir ein Geschäftsmodell von Coinbase, das relativ leicht zu ersetzen ist. Der Markt mag sehr innovativ sein, der Kryptomarkt. Die Dienstleistungen, die Coinbase anbietet, sind es aber nicht wirklich. Also wir sehen hier eben sehr viele Player, weil die Angebote auch leicht ersetzt werden können. Und das bringt einfach mit der Zeit einen hohen Margendruck mit sich. Die Gebühren müssen immer weiter gesenkt werden, um Marktanteile zu behalten oder neue Marktanteile hinzuzugewinnen. Und nun ja, wenn ich weniger Gebühren habe, habe ich weniger Gewinn. Entsprechend muss ich die Umsätze auch erhöhen, um meinen Gewinn zu erhalten. Und das ist natürlich eben auch ein sehr negativer Ausblick. Und Coinbase profitiert hier zum Beispiel nicht so stark von Netzwerkeffekten. Also eine Airbnb, Facebook, Google, Uber, die profitieren sehr, sehr stark von einem Netzwerkeffekt. Den sehe ich aber bei Coinbase auch nicht so stark. Ich sehe hier auch eine hohe Wechselgefahr. Also, dass die Nutzer sehr schnell bereit sind, dann auch mal den Anbieter zu wechseln. Und eben ein Geschäftsmodell, das eben daher durchaus angreifbar ist. Der vierte Punkt, der gegen ein Coinbase-Investment spricht, ist die unklare Regulierung. Und zwar ist Coinbase sehr stark von dem Wohlwollen der amerikanischen Wertpapieraufsicht, SEC-abhängig. Und hier erwartet man in nächster Zeit, auch natürlich politisch gewollt, sehr, sehr starke Restriktionen. Also es geht hier sehr stark darum, dass man entsprechende Lizenzen mit sich bringt, dass man es sich nicht verscherzt. Wir wissen auch noch nicht, was auf die Crypto-Assets zukommt. Letztlich, ob da die Besteuerung zum Beispiel geändert wird. Also hier ist noch sehr viel Unsicherheit auch in Zukunft, die auf Coinbase lastet, auf dem Geschäftsmodell lastet. Und da können natürlich dann wiederum auch andere Konkurrenten vielleicht von profitieren, die da etablierter sind. Also wir dürfen nicht vergessen, eine Morgan Stanley bietet ja auch ihren Kunden jetzt Bitcoin-Services an. Goldman Sachs möchte einsteigen. Die größten Vermögensverwalter der Welt. BlackRock zum Beispiel. Fidelity, ja. Und die sind, was Regulatorik angeht, oft dann doch nochmal, wie soll man sagen, etwas näher an der SEC gestellt. Ja, etwas etablierter. Und die können dann in solchen Phasen dann der Umbrüche durchaus auch profitieren. Und ich glaube, dass die Regulatorik einfach einen Unsicherheitsfaktor auch für Coinbase darstellt. Mein letztes Kontra-Argument bezieht sich auf den Defi-Sektor. Denn dieser wächst und wächst und könnte theoretisch auch zentrale Krypto-Akteure wie Coinbase in Zukunft gefährlich werden. Aktuell sehe ich die Gefahr natürlich noch nicht. Und ich hatte ja gerade schon vorweg gesagt, dass eben auch die Regulatorik zunimmt und hier natürlich auch gerade ein Defi-Sektor davor natürlich gefährdet ist, unter die Räder zu kommen. Aber nehmen wir jetzt mal an, der Defi-Sektor wird nicht zu Tode reguliert, weil es ja eben auch sehr, sehr schwierig ist, Defi zu regulieren und es sich dann vielleicht doch irgendwie durch einen Kompromiss durchsetzt. Dann könnten, wenn die Angebote nutzerfreundlicher werden, kosteneffizienter werden, durchaus auch einer Coinbase gefährlich werden. Wenn sie denn nicht auch hier, sag ich mal, den Absprung schafft oder die Kooperation mit wirklich dezentralen Finanzlösungen. Ja, das muss ich noch zeigen, auch das ein großer Faktor der Unsicherheit, denn dezentrale Finanzlösungen werden wir natürlich als erstes im Kryptomarkt sehen. Also eben bei den Brokern wie Coinbase zum Beispiel. Und das könnte langfristig zumindest, nicht sicherlich in den nächsten ein, zwei oder drei Jahren, aber langfristig auch ein Risiko für Coinbase darstellen, wenn es nicht eben schnell genug transformiert mit dem wirklich dezentralen Kryptosektor. Nach meinen fünf Pro- und fünf Kontra-Argumenten möchte ich euch aber auch mein Fazit nicht vorenthalten. An der Stelle sei nur darauf hingewiesen, dass das meine persönliche Meinung ist. Ich gebe hier keine Anlageberatung oder sonst etwas. Macht euch eure eigenen Gedanken. Das nur als ganz großer Disclaimer an der Stelle hier. Und nun ja, wie stehe ich dazu? Also Coinbase ist meiner Meinung nach schon echt eher zu hoch bewertet. Also wir laufen ja auf diese 100 Milliarden da hinaus im aktuellen Marktumfeld. Und das sehe ich ehrlich gesagt nicht angesichts der eben auch großen Korrekturrisiken, die wir jetzt hier haben. Und wer an eine Ver-X-Fachung denkt, weil er das vom Kryptomarkt gewohnt ist, der wird auch, glaube ich, enttäuscht werden. Denn bei diesen Bewertungen, die wir jetzt hier haben, da vervielfacht sich nichts mal eben. Und da sollte man dann vielleicht auch eher auf kleinere Aktien schauen. Es werden ja in Zukunft vielleicht auch noch andere Kryptounternehmen an die Börse gehen. Also bei Kraken zum Beispiel ist es ja auch im Gespräch zumindest. Man überlegt, ob man ja 2022, dann nächstes Jahr an die Börse geht. Und hier können sich vielleicht auch günstigere Einstiegsmöglichkeiten ergeben. Oder man sagt, man wartet vielleicht auch nochmal eine Korrektur ab bei Coinbase und steigt dann ein. Das muss natürlich jeder für sich selbst wissen. Investoren des Typs Hodler, sage ich jetzt mal, die gibt es auch im Aktiensektor, die sagen, ich bin langfristig so optimistisch für den Markt und Coinbase wird diese Wertschöpfung, wie ich es ja auch in den Pro-Argumenten beschrieben habe, vollends durchziehen. Und ist mir alles egal und ich sehe die auch bei einer halben Billion Bewertung, also bei einem fünffachen dann vielleicht perspektivisch. Nun ja, der kann natürlich dann auch einsteigen und dann entspannt die Aktie liegen lassen. Wie gesagt, muss jeder für sich selbst wissen. Ich bin jedenfalls super gespannt. Sie wird einiges verändern. Diese IPO, davon bin ich überzeugt. Es wird die Referenzgröße werden im Aktiensektor, wo man sich immer darauf beziehen wird, wenn im Kryptomarkt etwas passiert. Und das ist ganz spannend von der Wahrnehmung. Insgesamt glaube ich aber sehr, sehr positiv, dass der Markt auch ernsthafter genommen wird, dass auch andere Kryptunternehmen sich eben trauen werden, sich traditionell listen zu lassen. Entsprechend bin ich da sehr positiv insgesamt bestimmt und bin gespannt, was dann am 14. April passieren wird. Sicherlich fallen euch aber auch noch weitere Pro- und Contra-Argumente für die Coinbase-Aktie ein. Und das würde mich sehr interessieren. Dann schreibt mir die gerne in die Kommentare. Lasst mich wissen, ob ihr die Aktie kaufen würdet oder auch nicht. Und bevor ich mich verabschiede, möchte ich auch noch ganz kurz auf unsere neue Kryptokommas-Ausgabe hinweisen. Mit einem, wie ich finde, Wahnsinns-Cover. Also absolut verrückt das Ganze. Und ich glaube, es passt ganz gut, denn das Thema ist ja NFT in dieser Ausgabe. Der ganze Wahnsinn wird dort abgebildet mit den potenziellen Crash-Szenarien und den großen Chancen, aber auch die diese neue Krypto-Form mit sich bringt. Also alles drin enthalten. Und noch so viele weitere wichtige Themen, wie natürlich das Thema Steuern. Wenn ihr sicherlich viele Gewinne gemacht habt, dann solltet ihr natürlich hier auch aufpassen, dass es alles legal korrekt verstört ist. Und da haben wir mit den Experten vom Blockpit gesprochen. Und die haben uns wichtige Tipps gegeben. Also schaut gerne rein. Es lohnt sich definitiv. Und ja, abschließend dann wie immer. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder zuschaut. Macht es gut bis dahin und abonniert unseren Channel, falls ihr es noch nicht getan habt. ! Vielen Dank!